Du kannst dir die M4... Stop! Bist du doof? Loser! Ups! Du hast mir grad 40 HP abgezogen! Bist du bescheuert?! Warum?! Ich lese mir mal, warum! Hallo meine Kartoffelfreunde! Und... Willkommen zu einer weiteren Runde! Counter-Strike Global Offensive auf Inferno Ähm... Heute sitzt der Alex neben mir Hallo! Ja, ähm... Move it, son! Ne, geh mal an... Ah, bitte! Also er spielt nicht wirklich oft CSGO... Also eigentlich wirklich nie Und hat noch nie den Turniermodus... Doch, glaub ich, zweimal gespielt oder so Jetzt versuch mal den Bombenplatz hier mit mir zu verteidigen Und du kennst doch die ganzen... Okay... Er hat ja gesagt die Russian B, also... Geh ich mal rüber? Ja, komm... Achso... Hä? Ach, die Russian... Ah... Okay, gut... Hab ich was falsch verstanden... Pass auf... Im Haus sind welche... Ja, hab ich schon gefunden... Ich hab grad auf sein Bildschirm geguckt und man konnte einfach nur... Das... Das epischste failen sehen, was man... Ja, hab ich weg... Naja, egal... Ich bin stolz auf dich, Alex... Ich hab's geschafft, ja? Oh! Schieß doch nicht mich... Hast du glaub' mich oder? Ne... Also das Gute ist, die Bombe liegt... Oh! Ich hab' fast dich getötet... Ähm... Wie geht das? Die Bombe liegt... Ähm... Bei uns... Das heißt... Wir brauchen nicht... Wirklich was machen... Also außer die Bombe zu verteidigen... Jetzt ist ja eh im Spawn AFK laut denen... Nicht AFK, aber... So! Das ist jetzt? Jetzt kannst du dir ne MP... MP7 oder... P90... Oh, hau, da sind's ganz so fette Teile raus... Ähm... Und ja... Wir gehen jetzt wieder auf A... Also die Positionen sind jetzt sozusagen festgelegt... A ist andere Richtung... A ist andere Richtung... Ah... Ja... 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 Wir suchen einen entspannten Spot hier irgendwo... Muss ja nicht direkt drauf sein... Okay, er hat das Haus... So! Nicht achten... Da kommen welche... Da kommen welche... Also aus dem Haus kommen welche... Ja... Einer ist tot... Die Bombe liegt über dir auf dem Haus... Links... Und dann kommt von rechts einer... Oh, oh, oh... I'm sorry... Sion... Du bist so losig... Ja, finde ich auch... Guck mal hier... Warte, warte, warte... Warte Ja, das weiss ich... Das mach ich auch nicht... Solche Sachen merk ich euch... Leute, der Typ ist ja nicht... Los! Oh Mann, oh... Du warst das noch lange... Ah, der ist dahinten! Und wir bei der Rennung spawnen und versuchen ihn zu töten! So... Weiter geht die Forge! Falsche Richtung! Russ geht? Ja! Rennen wir mit dem Messer schneller? Ja! Schmeller und... Schmeller! Mit dem Messer! Und mit einer Pistole rennst du schneller als mit einer Waffe! Ja, viel mehr Waffe! Was meinst du, warum das alle machen? Ja! Ja! Ich höre mich schon mit der Gefahr! Es kommt welche Mitte, pass auf! Da läuft jemand irgendwo! Das bist du egal, ne? Ne, ne! Ja genau, da oben bin ich! Aber ich höre irgendwo bei mir... Ein paar Schritte! Das ist meine wahrscheinlich! Ja! Im Haus, im Haus, im Haus! Guck nach oben ins Haus, ins Haus! Da kommt er! Ich bin hinter ihm! Ja, du hast ihn schon getötet! Ja, du hast ihn schon getötet! Ja, du hast ihn schon getötet! In der Mitte ist einer mit einer AWP! B***t, schmokasaruka! Es hat aufgehört, was zu machen! Wie? Hast du den Go aufgehängt? Ja, sieht so aus! Ah! Ah! Bomb has been planted! Ah! Bluescreen! Ahm... This is the first time you've seen the stuffed arrow screen. Restart direction, ja. Ja, ja, einfach restarten! Kaum bin ich mal bei dir gleich, die hier alles kaputt! Gernit! Ja! Wie kann man denn... Oh, Alter! Jetzt ist die Bombe doch auf B! Und du stehst da! Und machst gar nichts! Ja, die Bombe krieg ich nicht mehr! Ich bin falsch gelaufen, ich Idiot! Ich bin blablabla! Was hat denn hier? Oh, Alter! Nicht mir, und ich jetzt bin! Hey, du kommst BD da! Der Rest gewinnen! Alles nur, weil ich raus bin! Ich hätte es gerissen! Ja, Alex! Nur wegen dir! Nee, du hast ja noch Chance wieder reinzukommen, das ist ja nicht das Problem! Aber gute erste Aufnahme! Ja... Würde ich sagen, ne? Es ist ein Traum! Ich bin so begeistert! Ach so... Ja, hier kann man so viel Pärchen haben, ja! Na, wir ham jetzt bot Jogi! Der reißt das bestimmt! Bot Jogi kann das, oder? Das häl ich nicht machen soll! in dem moment moment wo ich ich habe so ein pech gehabt in dem moment wo ich die wandern hatte um die ecke worfen wollte ich hätte sie mal geworfen gewollt ach das war ich vielleicht nicht so schlau kommst du wieder rein ja ganz ruhig mal ein wenig zeit wow er versucht sich jedes mal mit dem in der anzulegen ich mach jetzt nicht trolling aber er hat hier noch umgedreht hier hat er durchgeschossen und ich bin gerade hier lang gelaufen da hinten steht er da und er weiß wo er steht glaube ich hier rechts und er müsste von hier geschossen haben ok ich hätte jetzt nicht gedacht dass er da so lange steht aber er hat wahrscheinlich sehr viel geduld ich weiß genau wo er steht ich weiß genau wo er steht ich hab ich hab damit gehofft ich hab gehofft dass er Thorsten hast du Promiboxen geguckt? ja ja das ist der Thorsten der so ausgerastet ist oh es lebt der Bot noch? ja auch wird schon gespielt schade diese Video name verbindung mit steam account wird hergestellt drück auf play ich weiß nicht wie viel Zeit du noch hast es matter ich haue nicht oh my god oh my god ich kann dich nicht einladen also du muss irgendwie wieder rein kommen da stehen noch zieht Oh mein Gott, das ist dein Aiming. Zwei Minuten hast du noch. Wieder verbinden. Escape. Da oben. Ähm, entfernen. Ja, wir verlieren gerade, weil wir einer weniger sind. Lol, sie haben den Bot, sie haben sich gegenseitig getötet. Ah! Melodilu hat das Spiel abgebrochen und eine Strafzeit für den Wettkampf für sieben Tage erhalten. Er wurde für sieben Tage gebannt. Oh mein Gott. Gleich verschwindet der Bot. Ach ne, da bist du wieder. Uuuuh, gar nichts für mich. Ich guck bei dir zu. Deine Steps sind auch wieder hergestellt. Du hast doch wieder 2-1. Ich hatte mal 2-1? Ja. Cool. Kann ich irgendwie selber spielen oder machst du das jetzt? Hast du gesehen? Ich hab seine Waffe hier gesehen, ey. Also ist es nur er gegen mich? Wer labert denn da jetzt? Ich hab sie alle gemutet. Ich hab sie alle gemutet. Aber rechts legt, äh, äh, und dann draufkommt und dann... Kommunikation... Ich glaub sie... ... 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 da einfach mal gucken. Ich hab Bock auf irgendwas geiles. Also wenn es nicht lebt, dann nicht. AHHHHH! Got you a bitch! Okay. Hab ich grad nicht gesagt. Hast du Leute, die so... Au! Ich hab kein Leben mehr, ich will noch nicht sterben. Ich bin zu jung zum sterben. Ich wollt hab ich mich auch. Und was hat mir mal los? NEIN! Mann! Wieso? Ich wollt die AWP und nicht den Shit. Bitch. Wenn die Runde mal gewinnt, dann meine Auslösen bei mir. Wow. Zehn Updates. Ähm, ich will noch was suchen. Was soll denn das? Schwierig, zweifelig zu gehen, ey. Hä? Ja, das stand, ähm. Ja? Warte, das steht da hinten. Oh, er hat mich auch was getroffen. Oh! Guck mal hier, Alex. Bisschen knapp, ne? Ja. Achso! NEIN! Weißt du? Ich hol... Rage! Ich hol jedes Mal zwei bis drei Leute und da muss ich eine andere an. Ja, ist immer so. Oh, Mann. Oh, die vorletzte Runde. So, über 7.000 Lieferdienste. Ich hoffe für euch. Einer liefert auch nach und eins unter der Woche. Ach ja, es ist ja unter der Woche. Schön. Ja. Erklärt, warum keiner mehr liefert. Schürig, heute ist Donnerstag, ne? Oh, Bichser, ey. Ähm, hu 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 hu. Wow. 22, 23, heute geschlossen. 23, 30, 22, 23, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 25, 25, 25, 25, 40, 0. Ja, so 24 Stunden liefert jetzt. Ich kann es doch hier. Meckels! Oh, Mann, Mann. Oh, Wö. Jetzt habe ich den Hurenson endlich! Ohja, ist diesen Mann. das ist genügend Klasse Stationen hier eigentlich hätte ich ihn feiert ja drück, spür doch den Bot ja und jetzt werde ich von jetzt toll, den Bot mit neun Leben darf ich? würde zu gern nimm die Bombe und komm, renn vor auf A renn vor auf, nein, die Bombe liegt hier die Bombe liegt hier vor mir, da guck doch auf der Minimap, da direkt vor dir liegt ganz viel hier unten, hier in dem Graben hab ihn, komm mit, hol die Bombe, hast du die Bombe? komm mit, komm mit, komm mit, komm mit rechts rum, rechts rum, rechts rum, rechts rum ja, rechts nein, bist du doof? doch nicht so weit rechts rum wir müssen ganz schnell liegen jetzt Alex, ey, mehr Zeit verschwenden kann man nicht spring einfach runter und leg die Bombe da in der Ecke wo, hier? ja, irgendwo ist das dein Ernst? ja, woher soll ich denn mit die Bombe explodieren? auch Taste 5 ist die Bombe ich geh hier hin, du gehst an andere Seiten von da wird er jetzt wahrscheinlich kommen ja, hier ist er ich marinade ich reached nhà wer ist es? check die er ist und Ja, aber das war schlecht von mir, ich bin gerade enttäuscht. Kann man nicht irgendwie filtern nach, äh, hat noch Offens? Ja, das wäre etwa was, ne? Das würde mich wirklich helfen, mir wirklich helfen. Kannst du mir? Okay, nee. Ich warte einfach, bis der Typ hier verreckt, und das wird relativ schnell sein, hoffe ich. Oh, er hat nur noch 7! Noch eine Name, und er ist tot. Noch eine Name, und er ist tot! Die hat richtig gesessen in seiner Fresse, ey. Mindestbestellwert 34,90. Ja, dann haben wir gut was zu essen. Boah, hinter uns, hinter uns! Und aus dem Scheiß-Ton, Mann, das ist doch behindert! Jetzt denke ich einmal, ich bin cool, und gehe da hin, und dann, aha! Fuuuuck! Was ist das? Die kommen von der anderen Seite nach! Das ist doof, ey! Warte, wo ist der? Achso, der hat ja schon 7 Tagen Bannen gekriegt, stimmt! Ähm, nur Online-Zahlungen, Lieferhält-Plus, Helden-Range, mal gucken wir mal, was für Helden-Range ist! Helden-Range! Helden-Range!